Servus aus den Bergen. So, heute geht's am Espresso los. Heute sind wir im Zittertal unterwegs mal wieder. Endlich ist Sommer. Hier die zwei kommen mit. Wink mal, Josef und Michi. Wir fallen jetzt nämlich hier auf den Berg hoch dort oben auf das Kreuz. Guck mal, das sieht hier einfach so aus wie so ein paar Meter, aber es sind schon über 1000 Höhenmeter noch. Legen wir los und dann schauen wir noch, was wir da machen. Ja, wir sind jetzt fleißig am Hochfahren. Wir sind schon ziemlich stückchen hoch hier. Natürlich immer ein bisschen schwierig, das Ganze mitzufilmen. Wenn man berghoch fährt, hat man die Hand nicht so gut frei. Aber schau mal hier. Schöne Aussicht ins Zittertal runter. So, jetzt legen wir hier ab beim Haus Erika rechts und dann geht es gleich auf dem Schotterweg um. Aber erst mal ein bisschen mittelstation ist jetzt noch schön Asphalt. Ja, hallo. Servus. Wie läuft's? Super. Bei dir? Ja, da muss ich dabei filmen, wie du das Abfluss von dem Bauer oben trinkst. Ja, cool. Schmeckt gut, oder? Ja, ist gut. Der Josef. Was der alles kann, ey. Das geht auch nur mit dem Rucksack, oder? Ohne ein bisschen Gewicht. Ja, cool. So fehlt er jetzt den ganzen Berg hoch. Ja, ja. Schaffst du es bis ganz da oben? Schön, du musst auch mehr Druck auf deinen Reifen hinten machen dann. Oh, jetzt hat er Angst gekriegt. Super. Applaus, einmal Applaus. In die Kommentare ganz viel Applaus. Und du darfst auch mal klatschen. Ja, cool. So, da oben müssen wir jetzt mal gleich noch was erzählen hier. Weil hier sind wir jetzt an der Stelle, da haben sie auch den Bergdoktor gedreht. Da war ein Unfall von Waldarbeiten. Und dann habt ihr das gefehlt? Ihr guckt keinen Bergdoktor, gell? In der Staffel 17, Staffel 17, Folge Nummer 7. Das war nämlich die eine von zwei von der Staffel, wo ich nicht dabei war. Und dann wurde hier in dem Wald die Arbeiten gedreht. Da oben ist es. In dem Stück da oben links, wo das ein Häuschen war. Weil die Bäume oben haben sie alle abgemacht. Gut, aber ihr könnt gerne mal Bergdoktor schauen. Dann spiele ich öfter mit. Bei der neuen Staffel, die jetzt kommt, habe ich auch schon wieder mitgespielt. So, und schau mal hier, wie schön. Da haben wir schon die Bäume weggemacht für die neue Gondel. Siehst du das? Seht ihr das, oder? Für die neue Gondel hier. Für die Sommerscheepiste. Sommerscheepiste, genau. Jetzt sind wir wieder an der Kreuzung. Wo müssen wir denn hin? Immer der Vorsicht-Rollerfahrten-Weg nach, weil das führt nämlich zum Spieljoch hoch. Haben wir schon gesagt, dass wir zum Spieljoch fahren heute. Ja. Gut. Zum Gipfelkreuz. Und dann zur Geolsalm. Die hoffentlich auf hat. Was sonst? Wir fahren zur Kohlealm. Was geht ab? Ach, sind wir so doof. Guck, die Gondel fährt ja. Wer hätte mit der Gondel hochfahren können? Habe ich Mücken um meinen Kopf. Nach der Bergstation. Nicht mehr weit. Nur hier hoch. Und dann sind wir da. So, da gewesen sind wir. Was haben? Da gewesen sind wir. Können wir wieder fahren, oder? Warum? Da ist das Kreuz. Wo es schon tausendmal war. So, Michi, jetzt zeig mal. Wo sind wir gestartet? Wo ist dein Haus? Ja, das ist jetzt da, wo das große Feld ist. Ah. Von da sind wir gestartet. Genau. Sehr gut. So, herzlich willkommen bei unserer Wanderung zum Gipfelkreuz. Wir gehen jetzt bis dort um zum Gipfelkreuz. Wunderschön. So, natürlich die Fotosession. Nicht vergessen. Wir müssen irgendwann mal unten noch Golf spielen gehen. Wann gehen wir mal Golf spielen? Gute Golfspiel, oder? Sicher. Sicher nicht. Aber ein bisschen Driving, wenn ich abschläge. Ja, das geht schon, oder? Kann man machen. Können wir uns auf Helm anziehen. Das ist wichtig, oder? Ich bin der Anzeigenhauptmeister. Bist du bereit? Mensch, Dieter. Wo ist dein Helm? Setzt doch mal den Helm. Keine Ahnung. Egal, wir würden hier sowas Leute gar nicht unterstützen. Oder doch, vielleicht machen wir mal ein Video zusammen. So, let's go. Paren wir da alle um jetzt. Nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Geil. Geil, Geil. Juhu. Okay. Okay. So, dann schauen wir mal, was die neuen Pächter hier so alles anbieten. Ja. Nicht viel, aber hoffentlich gut. Schauen wir mal. Ich werde wahrscheinlich die Knödel nehmen, was? Verschiedene Knödel. Gucken wir mal. So, dann gibt's jetzt hier mal ein paar Nudeln und die Kirchsuppe. Und ich habe nichts gefunden. Ich wollte eigentlich Knödel haben. Also ich sehe hier verschiedene Knödel, aber es war nur eine Suppe und ich habe keinen Bock auf Suppe. Und auch keinen Bock auf die Nudeln und keinen Bock auf keine Ahnung was. Auf gar nichts. Erstmal unten was bei der nächsten Hütte. Wir fahren jetzt gleich noch den Trail runter. Da freue ich mich schon drauf, wie die sich hier anstellen, die zwei. Und gut? Schmeckt gut, ja. So, das war's jetzt. Geht's weiter zur nächsten Hütte. Die anderen sind schon los. Die haben wir allein gelassen hier. Ja komm, fahre ich hier den Weg. Bis dann. Durch den Matsch durch, ey. Also, Trail fahren die Mädels hinten, die zwei nicht mit. Jetzt fahren wir alleine. Und die Scheiße hängt jetzt überall an mir dran. Was haben wir gemacht? Ja komm. Ja komm. Das ist geil. qué Ent mag. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, runterfahren ist doch auch anstrengend, wenn man so die Trails fährt, sind einfach nur rollen lassen, ich habe nicht Seitenstichen, weil ich das Wasser vorhin zu schnell getrunken habe. Hallo, ich habe es geschafft. Ja, das wäre nett, Dankeschön. Cool, voll mit Kuhscheiße bin ich. Du musst studieren, da kommt kein Regen, wenn es bricht, dann ist es kein Regen. Doch, halt schon nochmal. Die Lava. Schau, habt ihr Spaß gehabt? Ja. Sehr schön. So, gibt es jetzt hier was Besseres? Gucken wir mal hier. Wir haben schon studiert. Und? Guck mal, was es hier gibt alles. Guck mal, was es da alles gibt. Guck mal hier, hat den Josef da. Den hast du da gefangen. Wie heißt der? Wie heißt der? Esmeral. Esmeral, ja stimmt. Wie lange dauert denn das Essen hier? Gar nicht lang, da ist es schon. Bei mir gibt es jetzt den Backhändelsalat, da hast du Putengreifensalat, aber die sind jetzt da hinten am Wettergucken, weil die Michi wollte heute Heu machen und jetzt regnet es unten, ne? Die müssen sie wieder alles trocknen lassen. Gut, also, mal Zeit. Hier, der Josef hat noch ein Kaminwurzel. Josef, du hast dir da da. Warum heißt denn das Kaminwurz? Das heißt, Kaminwurz wird jetzt aus dem Kamin rausziehen. Echt? Keine Ahnung. So, jetzt schließen wir den Tag ab mit einem tollen Topfenstrudel, einem tollen Eis noch. Die Augen zeigen wir nochmal, dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bitte. Jetzt sagen wir uns Tschüss. Ah, wir sind schon fertig. Also wir essen jetzt nur noch Eis, dann fahren wir runter, was wollen wir machen? Gibt es noch ein Espresso. Ja, genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, was dürfen Sie machen? Seid sehr viel besser. Abonnieren. Liken, abonnieren. Abonnieren ist übrigens gratis. Einfach unten Abo drücken, dann seht ihr immer die neuesten Videos von mir. Teilen, kommentieren. Genau, teilen, kommentieren. Und vor allem Freunden und Familien weiterempfehlen. Und jetzt genießt die Aussicht hier. In diesem Video. In diesem Video. In diesem Video. Vielen Dank.